Was ist eine Direktbank? Keine Ahnung. Eine Direktbank? Nein, weiß ich nicht. Eine Bank, die die besten Konditionen gibt. Sonst freut mir nichts an. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gibt es irgendeine, die Direktbank? Eine Bank, wo ich direkt hingehen kann? Keine Ahnung. Eine Direktbank ist, bei der ich online Werbpapiere veranlagen kann, also kaufen und verkaufen kann. Habe ich noch nie gehört. Aber ich glaube, die Diva Bank gibt es ja da. Da gibt es ja eine Bank, was Diva heißt. Ist das nicht mit Nicke Lauda, die Bank? Eine Direktbank? Hast du das schon gehört? Ja, die Direktbank, die Griechen haben das Geld gegeben wahrscheinlich. Das wird die Direktbank sein. Nein, den haben wir noch gar nicht gehört. Eine Direktbank? Ja, da habe ich meine Ahspaarbücher. Direktbank ohne Lokal. Eine Direktbank? Eine über Internet, eine Bank, wo man Geld anlegen kann. Also es gibt keinen Kundenverkehr in dem Sinne. Es wird direkt über das Internet, glaube ich, alles abgewickelt. Ja. Was ist das? Ich glaube, es hilft, es heilt Petersen! Es wurde wohl cens kills? � Untertitelung des ZDF für funk, 2017